Hallo Freunde und Willkommen zu einer Folge Let's Play Minecraft MörderMystery Ja, bis es ist her und so weiter und so fort, wir waren ja schon länger nicht mehr hier so aktiv Und ja, ne, freut mich euch hier wieder begrüßen dürfen an diesem Video Wir spielen heute drei, vier Runden MörderMystery, je nachdem wie es läuft Und hoffen, dass ich einfach nur ein Mörder bin MörderMystery, wer den Modus nicht kennt, eigentlich habe ich genug Folgen auf diesem Kanal gemacht Das müssen sich die eigentlich alle kennen Aber wer es nicht kennt, ähm, ja Ein Mörder versucht die ganzen Spieler zu töten, eine Technik versucht die Mörder zu töten Die Spieler versuchen sich zu überleben, indem sie wegreien oder sich vercampen Äh, ganz einfach erklärt, ich bin der Renner Nächste Runde vielleicht der Camper, je nachdem wie die Map ist Ich habe noch keinen Anlasspunkt, wer von euch Rabauken der Mörder ist Aber wir werden es herausfinden Wenn nicht jetzt Hm, dann später Oh, der ist ja mal gestorben, ich habe das gehört Dieses Glättgeräusch heißt, äh, also dieses Damage-Geräusch heißt, wenn jemand stimmt Hallo Na, wer bist du Einer mit roten Augen Ich habe den Mörder bisher noch nicht gesehen Aber ich hört Ich habe nicht mal eine Leiche gesehen, oder? Ey, ich habe noch keine Leiche gesehen Ach ja, und wenn man 10 Gold hat Ähm, kriegt man einen Bogenschuss, mit dem man den Mörder töten kann Hallöchen Na, der ist so unschuldig, der Typ, der Der Hub-Portal Der andere Dudau Okay, ich bin froh, dass keiner hinter uns läuft Schneemann It's the snowman, it's the snowman Snowman B-B-B-B-B-B Run, boy, run, boy You're trying to catch me Schnapp dir den Glotzauk Okay, ich habe einen Bogenschuss Schneemann Mach dich bereit Ich bin ein Ernst zunehmender Gegner Naruto Nein Naruto Naruto ist tot Oh, oh, oh Er Ah Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet Ich habe beschlossen, vier Runden zu spielen Und die erste Runde ist natürlich vorbei Auf geht's in die zweite Ding, 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 ding Ding, 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 ding Minecraft, euer Lieblings-Content Kommt jetzt wieder öfters Hoffe ich mal Hallöche, Minecraft-Spieler Schön, dass ihr alle da seid Es macht Spaß mit euch, Minecraft zu spielen Hier in Murder Mystery E Okay Beim Bogen konnte man erkennen Wo sich der Mörder gerade befindet Aber ich habe jetzt einen Bogenschuss Ich bin jetzt eine ernstzunehmende Bedrohung Na ernstzunehmende Bedrohung Ich habe keine Ahnung, ob er ist Eins ist klar Er ist es nicht Er hat einen Bogen Könnte aber trotzdem sein Der Mörder kann auch einen Bogen haben Na ernstzunehmende Bedrohung Eine ernstzunehmende Bedrohung Eine ernstzunehmende Bedrohung Damit hättet ihr nicht gerechnet Wie sagen Profis Let's go What is the way to goal 5 Millionen Abonnenten Für mich denke ich, dass jeder grünes genannt Jesper ist So ein Mir fällt kein Wort ein dafür So ein schlauer Spieler Egal, zum Schluss die Kali Map Kali Map ist die beste Map Beste Map ist die Kali Map Kali, wo bist du? Hier oben ist auch eine Kali Da in der Ecke Na alles komm Gib mir was cooles Ja okay Das ist ja okay Aber gib mir was cooles Ja aber nur kurz Ich bin hier oben Und ich bin glücklich Und sehr glücklich Oder so Mann, ich bin wieder da Jetzt kriege ich für jedes Gold Drei Gold Dann sind meine Optionen ja begrenzt Sammeln wir einfach Gold Oder wir gewinnen einfach Ne, dumme Runde Ich will noch eine Runde Machen wir fünf Aber wir haben immer unterschiedliche Maps Das ist eigentlich ganz cool Und wir haben Eins, zwei, drei Stees Jetzt noch zwei Ja, bisher renne ich hier oben Und es passiert nicht besonders viel, ne? Außer erstmal hier und da Man Zug hin und her fährt Aber eine Leiche Habe ich jetzt nur beim Stamm vergesst Ja, was geht los? Ja, wie du hier bist Nicht wahr, sich Dem consommatori Drei Habe ich Drei